Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Party für die Switch. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben ein Freundschaftsjuwel besorgt und jetzt hoffen wir, dass wir, wie man sehen kann, das letzte Juwelchen holen können und das ist ein Pfad der Prüfung. Wir stehen entlang dieses Pfads alle der insgesamt 80 Prüfungen und dann bekommen wir den letzten Juwel. Und das gehen wir heute an. Lange warten hat ein Ende. Der Pfad der Prüfung ist jetzt eröffnet. Wir stehen so viele Prüfungen, wie du kannst. Der gesamte Pfad ist sehr, sehr lang. Willst du ihn beschreiten? Na klar. Na dann, Luigi, viel Glück auf dem einsamen Pfad der Prüfung. Guck mal, ich bin gespannt. Fangen wir an. Okay. Kann ich so kurz aus? Los geht's. Gucken, wie lange der geht. Inwiefern müssen wir daraus zwei Parts machen. Das entscheide ich aber unterwegs. Luigi. Hallo, Luigi. Willkommen beim Pfad der Prüfung. Erkläre mal, worum es geht. Behe, vor dir liegen eine Pfad von 80 Prüfungen. Wenn du eine Prüfung bestehst, geht es weiter zum nächsten. Soweit ich weiß, hat es noch nie jemand bis zum Ende des Pfads geschafft. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Wenn es jemand schafft, dann du. Also nicht aufgeben. Wenn du mal nicht vorankommst, es gibt alles. Wenn du deinen Weg fortsetzen willst, musst du sie bestehen. Okay. Okay, pumpen. Los geht's. Ich hasse pumpen. Das ist so eine dumme Aufgabe, weil ich damit man auch richtig schwitzen und mein Arm wird ganz steif davon. Aber ich glaube, ich schaffe es für euch. So, wunderbar. Bestanden. Dann geht's weiter. Yes. Das ist auch nicht so schwer gewesen. 80 Prüfungen, sondern viel. Aber wenn das alle Spiele sind, sehen wir ja nur unterschiedliche Spiele, was natürlich cool ist. Nipps Kallerei, das finde ich gut. Das ist einfach nur der Selfie-King zu werden. Nein, doch jetzt einen fetten Arsch davor gesetzt. Komm es also. Nein. Oh nein, ist noch mal okay. bekommen aber nicht genug eine stelle stoff und direkt aufhalten besser gekommen ja wir haben die zwölf jahr reicht also von da ist es egal sehr gut dieses spiel luft sprungers kinder noch gar nicht doch ein rhythmus spielen es ein 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 2 punkte es gibt es doch gar nicht das war jetzt gerade doof oder klar natürlich blöd und natürlich ohne fehler bestehen aber dann ist das jetzt machen okay ist ist hauptsache die hauptsache ich habe jetzt geschafft gut okay ich dachte man müsste wieder ganz von vorne bei der prüfung anfangen aber anscheinend was nicht hat natürlich keine stets wenn ich weiß dass ich eins nicht gleich beim ersten mal schockt weiter spielen keine pause los geht's mal über diese prüfung unterstützen okay das ist der zutaten sammeldienst ich komme schon die sind auch mal im weg hier schweizte mario schon eine tomate hätte ich auch gleich wir haben die vier schafft deswegen ist es schnuppe puppe darum dass ich kann nicht klettern hat man geschafft gerade verdreht mit dem armen das ist ganz easy regeben richtig einordnen und locker geschafft es war ja auch nicht so schwierig du hast dich geschlagen kleine pause wir spielen weiter ist ein gültiges marschieren okay das wird noch spiel ich fühle mich wohl in diesem regiment da kriegen wir hin sauber sauber das war gar nicht so schwer 100 punkte erzielt sehr gut gegner besiegen ein bisschen staubsaugen kriegen wir hin ich kann gerade wirklich nicht sagen wer der besser war wirklich nicht andeutig jetzt viele freundlich sein gegen das team besiegen das fußball und das da bin ich ganz schlecht an diesem spiel hat schon probiert ich mich doch nicht schlechter da kommt schon die dazu durch oder so mein computer ist gar nicht so schlecht ein und die kompik um die drecksau dummer mario team besiegt die punkte du hast es geschafft die letzte prüfung der stadt und da besteht darin gegen mich anzutreten zu gewinnen dreirad derby ok auch ganz schlecht drin kampf aber schlechter als ich super so stadt und jahre geschafft boah du hast mich geschlagen gebiet geschafft haben dir die prüfung bisher gefallen jetzt wird es kniffliger weißt du der wirkliche wettkampf beginnt hier gebietabschlussbonus ist es gibt wir gehen zum nächsten gebiet apfelhain sehr gut weiter so ja aber ich glaube hier stoppen wir einfach mal apfelhain machen wir beim nächsten mal vielen dank fürs zuschauen bis dahin tschüss 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 tschüss